So Freunde, willkommen zu einem World Guild Walking Afterbuff EU. Heißt nicht Aftermuff oder so? Nein. So, ich würde sagen, ich hitte irgendwas Grünes. Schauen wir mal, was hat der da? Odin, Molong, Siarapanna. Nix aufregendes. Was ist mit dem? Auch nicht so wild irgendwie. Es sind halt keine LD-Units. Oh, da haben wir LD-Units. Okay. Warum nicht? Silvia, Iris und Kaki. Können wir den mit Rusarika machen? Ich glaube irgendwie schon. So, dann haben wir hier Siara, Orion, Marsha. Das ist easy. Wo ist mein Ming-Dingens? So, Triton, Svenna und Kaki. Warum nicht? So, Wasserstriker, Velatjul, Ritesh. Das da unten machen wir mit Odin, Kali. Sollte easy sein. So, dann haben wir den dann noch. Wasserstriker, Velatjul, Ritesh. Könnte man ja eigentlich so machen. Aber mit Icarus. Okay, schaut glaube ich dann gut aus. Immer beim ersten. Ich weiß, Woos und Iris und so verträgt sich nicht. Aber hey. Und die werden mich auch sicher outspeeden. Und Double Disperse dann. Na gut, wenigstens proggen auch mal raus. Gerni, kannst du auch rausproggen. Na gut. Dann halt nicht. Okay, Disperse dann. Double Disperse dann. Aber Silvia proggt auch raus. Na gut, 1 zu 1 ihn rausproggen. So, ja. Lass irgendwie attackbar reducen von Iris, wollte ich sagen. Du Bastard Vieh, ha? Wollt mich hier silenzen, aber hat es Gott sei Dank nicht geschafft. So, Iris gesandt. Machen wir irgendwie noch ein bisschen Damage auf dich gerade. Ich hoffe, der... Jesus. Double Disperse dann Kinky. Yo, 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 yo. Glancing. Oh mein Gott. Yo, er... Die Bastard mich schon wieder. Okay, Revenge mich nicht. Gekommen. Okay, Damage auf ihn. Okay, er stirbt. Okay, machen wir halt hier Scheißschild. Bringt uns zwar eh nicht viel. Lass Woosa resetten. Dass wir einen zweiten Skill ready haben. Ich hoffe, dass das dann reicht mit dem Dot. Okay, nicht allzu perfekt, aber was soll's. So, im Gegensatz zu dem, da wird alles umfallen. Bis auf das Feeder. Na gut. Ja, beruhigt dich. So. Lass dich dann mal irgendwie dismounten. Okay. Also hochheilen. Ist eh wurscht. Ja, allzu viel Damage macht meine Miying dann nicht, aber ist egal. Ja, ja. Du kannst 2 up proppen. Okay, Marsha down. So, was haben wir da? Äh, genau, das ist Triton Dingens. Triton, Savannah und... ...Kaki, ja. Nice Defense Breaks. Not. Okay. Lass hier unser Revenge Dingens machen. Für den Fall, dass der Kaki gleich rausprockt. Dann nochmal hier Defense Buff. Okay, tut er nicht. Okay, die Spare ist dann auf das Savannah. Ja, lass Triton gleich mal irgendwie killen. Wenn schon Defense Break oben ist. Wird halt jetzt nicht reichen, dass er am Dodge stirbt, aber who cares. Scheiße, ich werde gerade den Death Break zurückgehauen, ha? Na gut. So. Defense Buff für unseren Pando. Okay, Viopropped, dann kann man glänzen auch noch den Death Break. So. Okay, können wir dich killen? Jupp. Der Wahnsinn, geht ja recht fix gerade. Ja, hör auf zum Viopropped, unser Panda soll drankommen. So, das war jetzt... Ah, ja. Okay, nicht viel passiert. Retage, sag ich mal, auch gedurpt, wobei es, glaube ich, eh wurscht ist. Äh. Lass, Striker Passive poppen. So. Oh, du musst mich da wieder stunnen, dein Ernst. Und jetzt sind wir schon wieder Passive ready. Okay. Können wir dich killen? Reicht das wahrscheinlich nicht? Okay, war ein bisschen greedy. Aber... Okay. Rock finished. Okay, zweiter Rock auch gefinished. Perfekt. Okay, Attack Buff auf Odin und Kali. Das heißt, wir können ihn nuken. Dann nuken wir ihn. Und dann steht nur noch die Ophelia da, die eh keinen Bock hat, was zu machen. Nee, ich hätte gerade dritten Skill machen sollen. Dann hätten wir... Dann hätten wir... Dann hätten wir... Dann hätten wir Defense Ignore gehabt. Wobei, ich glaube, es hätte eh nicht ganz gereicht. Was jetzt machen? Jetzt hat er leider Schild oben. Okay. Schön, dass du da Vioprockst. Okay. Sehr gut. Das war's ja schon. Okay, die ersten fünf Wins. So. Wen haben wir da zum Beispiel? Na. Hast du was Cooleres? Ja, auch nicht wirklich, aber okay. So. Wurviel Lucian Food, hm? So, was machen wir? Geld mir. Wind Panda. Man, ist... Er ist ein bisschen Risky, aber ich mach's trotzdem scheiß drauf. Ich hab ja mein Wasser-Team ein bisschen umgebaut. Für mehr... Weil halt mein... Äh... Seraph als Leader halt ist, ne? Deswegen hat er jetzt nur noch hier 82 Crit Rate im... Ja, ist... Im... Im Giants Team. So, und... Dann ballern wir den Dominic raus. Und ne Riley logischerweise. Dominic und... Ne Riley. So. Iunu, Gregor und Orion, hm? Hm. Jetzt können wir wissen, was soll man da machen, hm? Ich weiß halt nicht, wie schnell der Orion halt ist. Ja, komm, oder? Scheiß drauf. So. Nanapurna Savanna, hm? Toma. Scheiße, es geht wieder nicht, dass ich... Es geht wieder nicht, dass ich dann anderen noch einen Galleon rausballer. So. Da unten können wir auf jeden Fall mit Lucian machen. Das ist schon mal easy. Tja, das mit dem Sierra Dingens könnte man fast schon bei dem Team da bleiben. So, ein bisschen risky. Aber scheiß drauf. Na gut, dann fehlt uns eh nur noch Nanapurna. Savanna, hm? Was soll man da großartig machen? So, was ist mit dem Team? Ah, das ist halt ur-risky, ne? Ah, das ist mir fast schon zu risky. Ah, scheiß drauf. Ich bin nicht halt Pussy. Ja. So. Okay, okay. Ich glaube, ich fokuste dann irgendwie... Woosar oder so zuerst? Mit Dominic? Jawoll. So. Attack den Panda, dass du hoffentlich mal stirbst. Jesus. Stirb doch endlich. Das Ding ist halt, er kann auch nicht mehr glanzen, aber... Ich hoffe halt wirklich, dass wir halt... Kein Non-Crit landen. Das wäre halt schlecht. Und ich hoffe, dass die nicht auf meinen Dominic gerade gehen. Der war eh klar. War eh klar. Okay. Deswegen habe ich mir dritten Skill aufgehoben. Zum Defense Break Cleansen. So. Wann kommt unser Demon? Jetzt. So. Ich würde sagen, scheiß drauf. Okay. Critten. Bam. Für 74k. Defense Ignore. Ich hätte halt natürlich am Panda gehen können. Ich hätte es versuchen können, aber... Ich hätte es noch lustig, wenn ich einen Panda zum killen kann. So. Kleinsen brauchen wir gerade nicht, weil eh Dominic drankommt. Und weiter der Marsch. Jesus. Geh da mal auf meine Riley, ja. So. Ich hoffe, dass der erste Skill reicht. Come off. So. Drrrrm. Oh, nice. Zweio-Proc. Leider keine Tech-Buff mehr, aber... Proc nicht. Oh. Demon. Scheiße, reicht halt nicht. Aber egal. So. Bye-bye, Pendo. So, was haben wir jetzt? Nächstes Eier. What the fuck? Ich glaube, die haben alle keine Runen. Ja, super. Ja. Applaus, Galeon. Du verdammter Voll... Ich hasse mittlerweile schon. Na gut. Können wir da trotzdem was killen? Ich meine, Gregor sicher nicht. Nicht nur den Orion, der irgendwie nicht Maronen hat oder so, ha? Okay. Na gut, wir müssen schauen, dass wir Yuno killen. Okay. Lassen wir irgendwie Orion killen. So, beruhig dich. Scheiße, unsere Galeone wird das dann nicht mehr überleben. Aber gut, egal. So. Christina for the win, ha? Jawohl, Fokus, meine scheiße, Chloe. Scheiße auf Fnatic. Scheiße auf Heal. Okay, machen wir es jetzt. Scheiße, Galeon, es ist so schlimm. Es ist so nervig einfach. Okidoki. Vio Block, ha? Ja, lass mal irgendwie nix machen. Okay, ich hoffe, das Planner auch noch drankommt. Natürlich nicht. Na gut, egal. So, Dots resetten können wir eh später. Ja. Äh, wo ist das mal irgendwie gerade fokussend, hm? Ja, so, lass irgendwie gerade Rika resetten. Resetten wir halt irgendwie noch später. Ein fetter Damage gerade von Pörner. So, jetzt können wir mal Pörner resetten. Meine Nana Life ist halt trotzdem da, aber who cares, du wahl? Wir sind wieder hier protected. Bisschen Damage auf dich. Sehr gut. So. Ja, keine Ahnung. Who cares? Nice Vio Prox. So, reset Rika. More Dots. So. Ich hab keine Ahnung. Lass uns einfach Wish gerade machen. Schauen wir mal, wie was stirbt. Ist eh schon GG eigentlich. Okay, Vio Prox. Na dann. Oh mein Gott, ha? War jetzt gerade nicht so geplant, aber who cares? Pörner stirbt dann auch noch an den Dots. So, kann ich dismounten. Okay. So, wenn die Savannah freundlicherweise sterben wird. Ja, wenn ich freundlicherweise mal Skills usen würde. Who cares? So, was haben wir da? Ah ja, genau. Keine Disparer Stunts. Keine Bombe resisted. Schlecht. Okay, Fokus ziehen. Ist ja wurscht. So. Ich bin jetzt ein bisschen greedy. Okay, ich hatte irgendwie auf ein paar Stunts gehofft, aber es war dann wohl nix. Okay, ich glaube, Dressar irgendwie wird nicht mehr viel machen. Keine Disparer Stunts. Geilerweise. Oh, das ist uncool. Nein. Ha. Oh, verdammte Scheiß Siara. Wieso bist du jetzt auf mein Dings gegangen? Weil... War auf Chersack und Deathbreak oben, ne? Scheiße. Fuck. Das war echt bitter. Ja, Resistance hat wieder mal... Absolut nicht funktioniert, ja? Wie man gesehen hat, 100 Resistance, Strasar. Irgendwas mit 80 plus Resistance Skull. Ja, who cares? Irgendwas hat mich von denen auch schon entdeckt. Mehrere, glaube ich, sogar irgendwie... Sogar schon verloren. Naja. Egal. Ja. Lassen wir es immer durch. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.